Hallo, mein Name ist Ben Siegert. Ich habe zwei Eltern, eine Katze, gehe auf die Kleist-Schule. Meine besten Freunde sind Emma und Fadi, wobei ich zugeben muss, bei Emma, das ist schon mehr. Also da bin ich verknallt. Und ich heiße zwar Siegert Versager, aber auch ganz viel in der Schule zum Beispiel. Aber ich bin ein absoluter Star in Exploria, dem größten Spiel der Welt. Wenn ihr mehr über mich und das Spiel erfahren wollt, dann lest doch einfach meine Bücher. Ben's Legendäres Skills weil ich jetzt noch nicht viel, wie ich es in der Schule nicht so gerne leiste. Ich bin ein bisschen verletzt. Ich bin es jetzt ein bisschen kaputt, weil ich so ein bisschen habe,